So, da bin ich schon wieder mit dem nächsten Video und es gibt für euch wieder was erfreuliches, denn ihr seht ja, hier ist das Lara Croft Spray. Ich denke mal, der ein oder andere wird es von euch schon haben. Ich habe es gerade durch Luca bekommen, grüße ich ihn raus, weil ich mit dem gerade über Discord am Quatschen bin. Ich habe es zwar heute im Laufe des Tages irgendwo gesehen, aber zur Zeit überschlägt sich ja wirklich alles, was Fortnite betrifft. Wenn ihr dieses Emote auch haben wollt, beziehungsweise das Spray, einfach kurz dranbleiben, zack, erstmal ausrüsten. Ach, Luca hat mich auch noch geschenkt, Ehrenmann. Den Schlenker, yeah, grüße ich ihn raus, danke, danke. So, wenn ihr den Skin haben wollt, guckt gerade oben rechts in der Infobox, dafür habe ich schon ein Video hochgeladen, wo ihr den Skin herbekommt, wie und was und wo. Aber jetzt soll es ja um dieses Spray hier gehen. Warte, da ist es. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch irgendeinen Blödsinn, ist mein Account, also auch bekommen. So, wie geht das Ganze? Ganz einfach. Ihr geht auf epicgames.com backslash fortnite.de read'em. Ich werde das Ganze aber unten nochmal verlinken oder ihr googelt einfach danach. Einfach Fortnite-Code einlösen und der Code ist ganz simpel, nämlich Z4A3NLKR2V9X34G3682. Dann geht ihr hier auf einlösen. Ich schätze mal, bei mir kommt jetzt, genauso war das bei mir auch. Denkt dran, oben rechts, ihr müsst eingeloggt sein. Jetzt seht ihr yt-familyhack. Dann geht ihr auf aktivieren und bei mir steht natürlich, der Code wurde schon eingelöst. Aber, wie ihr seht, genau der Code ist es, weil sonst könnte er nicht schon eingelöst sein. Wie gesagt, ihr habt ein kostenloses Spray für ein bisschen Support von euch. Natürlich gerne einen Creator-Code eintragen. Yt-familyhack oder vielleicht sogar ein Abo dalassen, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und gerne mal in den Livestreams vorbeischauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal.